Geheutsehen. Diesmal, auch wenn es eigentlich total idiotisch ist, bewegen wir uns an der Oberfläche. Es ist dunkel und dunkel und Oberfläche ist nicht... Ah, Moment mal. Achso, wir waren noch weiter. Wann bin ich entdeckerfreundlich? Da ich hier sehr weit schon links war. Okay. Haben wir? Okay, sehr gut. Wunderbar. Yeah. Ist das nicht cool? Ey, ich find das so cool. Yeah. Wie zum Teufel. Kann ich hier noch nie gewesen sein. Und da ist ne Fackel. Ne, 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 hier war ich schon mal. Warum? Hä? Okay, okay, irgendwas ist hier ganz faul. Irgendwas ist hier ganz faul. Aber. Scheißegal. Ja eben, hier war doch das dummische. Gut, hier muss ich noch nicht rührungsvoll reingehen. Oh mein Gott, hier, ich hab echt Respekt. Oh, 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 oh. Oh, du bist dein Arsch. Ey, du bist doch dein Arsch. Aha, okay, 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 okay. Jawohl. Oh ja, jetzt hab ich ein kleines Empfangskommando. So, ein kleines Empfangskomitee. Uhu, okay. Oh, 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 oh. Was, dieses dämliche Auge ist immer noch da? Es ist doch ein unfassbarer Mist. Okay, 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 okay. Shh, 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 shh. Oh mein Gott, nein, nein, Mami. Seriously? Ben, wirklich? Oh, oh. Äh, ja, okay. Ah ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Glück gehabt. Okay, okay, wunderbar. Ja, los, komm, komm, ja, 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 komm. Mietz, 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 mietz. Ah, Moment mal. Besser, viel besser. Ja, ist das nicht cool, hey, Jo-Jos sind voll geil. Jo-Jos sind echt voll cool. Versteh nicht, warum ich nie mit Jo-Jos hantiere. Ja, Maxi-Fresser. Oh, oh, nein, ich bin echt tot. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nee, es ist eigentlich schon wieder echt zu viel für mich. Es ist eigentlich schon wieder viel zu viel für mich. Oh nein, Herrgott, Jesus. Riley, schön, Riley, hallo, Riley. Oh nein, ich möchte nicht sterben. Okay, ist das bei euch eingedrungen? Kam das bei euch an, Jungs? Da ich nicht sterben möchte, ist das... Ah, ich glaube, sie verstehen mich nicht. Ich glaube, sie können meine Sprache nicht... Oh, scheiße. Okay, ich bin so... Am Sack. Okay, jetzt bin ich offiziell am Sack. So. Aber vielleicht nicht gar... Ohohohoho. Ehehe. Tja. So kann man auch cheat, ne? Kommt es soweit? Scheiße. Scheiße. Okay, das ist das einzig negative an diesem Teil. Die Länge. Ansonsten alles ziemlich cool. Ich bin halt gleich tot, ne? Das ist halt das Extremproblem... Oh, oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fick dich. Nee, du bist doch ein Arschloch. Du bist doch ein kleines... Huren, Kind, haha. Entschuldigung. Slang, Slang. Ah, das war extrem lustig mal wieder. Okay. So. Ding ist offen. Tja, tja, tja. Ey, ist so lustig. Bin schon ein kleiner Mom, oder? Ja. Aha. So. Oh nein. Nein. Könnt ihr nicht mal mich einmal in Ruhe lassen? Ey, das sind doch echt kleine nervige Säcke. Kleine... Ja, ja. Ey, müsst ihr nicht verstecken. Vergisst es. So. Kommt schon wieder der Nächste. So, jetzt hat er aber... Jetzt ist echt... Ende im Gelände. Ja, 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 ja. Wunderbar. He, 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 he. He, he, he. He. Scheiße. Okay, nein, das... Nein, nee, jetzt kommt, hört doch mal auf, oder? Irgendwie ist das nicht mehr lustig. Oh, shit. Und das ist halt so ein fetter Wurm. Weißt du, ein Wurm, vor dem man richtig halt Angst haben muss. Weil ich halt essen würde. Weil du halt so gut schmeckst. Oh, mein Gott. Okay, ich bin jetzt raus. Ich bin jetzt hier echt... Fick. Leck mich, leck mich, leck mich. Okay, 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 okay. Shh, 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 shh. Mein Gott, mein Gott. Okay, jetzt bin ich aber wirklich weg. Ach du meine Gü... Oh, mein Gott. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein. Ey, komm, du bist doch ein Arsch. Okay, okay, okay. Es ist doch ein... Ich werde echt nicht in Ruhe gelassen, ey. Ich kann nicht in Ruhe. Ich will keinem was wehtun. Ich will keinem wehtun. Aber sie wollen mich alle umbringen. Was für ein Mongo ist das denn? What here? Crimson Cloak. Ja, 5 Gold habe ich mal. Scheiße, ich wollte mir Geld verlieren. Ein DPS-Meter. Zeig deinen Schaden pro Sekunde an. Hey, das ist doch mal cool. Ein Magic Head. 7% erhöhter magischer Schaden und kritische Trefferchance. Po? Kleinere Verbesserungen für alle Statistiken. Ja, kann ich mir alles nicht mehr merken. Ja, ja, merken. Das ist klar. Kann ich mir alles nicht leisten. Dank diesen kleinen... Ich zügele mich. Ich zügele meine Worte. Ich zügele meine Worte. Das ist echt gut. Da will ich eigentlich... Ich möchte eigentlich nur... darüber. Aber die lassen mich nicht. Keine Ahnung. Dazu fehlt mir eigentlich... Oh, ja, ja, ja. Sehr cool. Aber zu fehlt mir echt. Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dass die so penetrant sein müssen. Und da kommt noch der Wurm. Ich meine... Also komm, man kann es übertreiben. So. Mal gucken. Zweiter Versuch. Wie erfolgreich ich jetzt sein werde. Oh. Okay. Da läuft ja momentan ziemlich. Ach, scheiße. Ja, sehr gut. Ja, das ist natürlich... Ja, da kommt die Kabel. Oh. Ey, habt ihr eigentlich... Okay, 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 okay. So, was hier. Ne, ich komm da nicht durch. Ja, da wird nicht. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Wie? Ja, da, da. Du musst durch dieses fette Scheißloch kommen. Ey, ich bin schon wieder gleich tot. Ey. Ich hasse... Ich hasse... Ich... So. Ja. So. Dieser Sack ist am Sack. Dankeschön. Unfassbar. Es ist unfassbar. Ech. 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 Wisst ihr was? Ach, die sind halt echt so blöd, oder? Ihr seid halt echt so scheiße doof. Wie halt eigentlich nicht so Tiere halt sind. Ne? Und es kommt halt so ein... Ech. So. Ja, du kannst schon unterkommen. Komm, bitte. Achso. Ey. Ja, lass dich halt fressen. Ey. Ich steh drauf. Ich... Acht leben. Ech. Witzig. Witzig. Es ist alles so witzig. Ich möchte eigentlich nur durchlaufen. Alles, was ich will, ist, da durchzukommen. Und ich schaff's nicht. Oh Gott, nee. Ich... Fuck. Was ist, ey? So. Alle guten Lingen sind scheiße. Probieren wir es ein letztes Mal. Wenn nicht, dann ist es mir echt egal. Da hab ich keinen Bock mehr. Echt, dann scheiß auf alles. Dann scheiß auf die Seite. Ich werd nur auf diese Seite gehen. Dann geh ich halt absolut immer nur nach links. Ja. Gott, wirst du dämlich. Ey. Ist es... Ich weiß nicht. Findet ihr mich cool? Ja? Cool. Ich nicht. Ich hasse mich eigentlich ziemlich gerade. Beziehungsweise ich hasse eigentlich die... Gib mir nur einen Klapser. Ey. Ich steh so drauf. Ey. Ich bin so geil auf Schmerzen. Virtuelle Schmerzen. Mein Charakter auch. Da es ihm eh scheiß egal sein kann. Ich bin schon wieder echt gereizt. Oder merkt man das? Merkt man das? Ne, oder? Ey. Du bist zu dumm zum Kacken, Junge. Wobei ich glaubte... Ey. Du bist echt so hohl. Ein Hohlkopf. So. Meint ihr, das kriegen wir jetzt hin? Meint ihr, das kriegen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Hört sich so an, als ob ich es irgendwie nicht schaffe. Aber wer weiß. Ey. Ey. Wir sind auf jeden Fall schon mal weitergekommen wie vorher, ne? Das ist so eine lustige Taktik, die ich hier mache. Die ich hier verfolge. Aber bestimmt geht sie auf. Bestimmt geht sie diesmal auf. Schmeiß doch alles weg. So. Ja, jetzt komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 komm, komm. Ja, genau. Jeder, jeder Einzelne von euch kriegt hier eine schöne Massage von mir. Ja, schau, du auch. Ja, seht ihr, wie schön das ist? Ja, schau. Ganz wunderbar alles. Hm. Yum, 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 yum. Oh ja, darauf sch- Hey, nee, oh nee. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin in ein Loch gefallen. Oh scheiße, oh scheiße. Hey, ich raste echt gleich aus, ey. Ich werde gleich so wahnsinnig. Warte, wo ist der Wurm? Komm, der Wurm, der kann noch herkommen. Ja, wunderbar. Ja, sehr schön. Sag mal, kann ich eigentlich als Echte nur noch genervt werden? Ist das echt das Einzige, was man hier eigentlich kann, ist mich schon wieder nerven. Und zwar extrem. Danke. Wow, das ist so. Jetzt wird hier das Loch zugemacht. Fertig. Ja, das seht ihr hier. So, hier könnt ihr das schmecken. Schmeckt ihr dieses Kackteil aus Plastik oder was auch immer? Was für ein Material das ist? Ja, darauf... Ey, jetzt möchte ich schon wieder so einen scheiß Trank nehmen, ey. Warum nehme ich eigentlich immer diesen hunderter Trank? Ich kann... Man kann mich nur nerven. Ist das... Ist das echt? Muss das sein? Liebe Spielentwickler, muss das sein? Nervt andere Spieler. Nein, nein. Oh, du bist, ey, wirklich echt krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wisst ihr was? Ich hab echt keinen Bock mehr. Ich hab echt so wenig Lust. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Scheiße, ich hab echt krass. Toll. Wahnsinnige... Wahnsinnig geile Tränke, die ich da habe. Wahnsinnig geile Tränke, die ich da habe. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Auch wenn ihr nichts dafür könnt, ich hasse euch alle. Nicht ihr. Die in dem Haus. Die hasse ich. Ich... Ich... Ich möchte echt nur... Ich... Versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich kann's echt nicht verstehen. Nee. Dafür ist mein Hirn nicht gemacht, dass ich das verstehen kann. Muss, soll, brauche. Da, ich laufe schon wieder zum... Das ist das zweite Mal, dass ich in dieses scheiß Viech reinlaufe. Zweimal. Genau dasselbe. Ich... Also, wenn jetzt nochmal irgendwas passiert, dann Rage quitte ich. Eigentlich habe ich vorhin gesagt, dass ich das noch einmal probiere. Aber ich möchte eigentlich echt gerne mein Geld wieder haben, weil es ist viel. Ich hätte es gerne angelegt irgendwo. Irgendwie ein Häusling gebaut und mich zur Rente oder Ruhe gesetzt. Aber scheint ja irgendwie hier nicht mehr drin zu sein. An diesem Spiel. So, ja, ihr hetzt wohl gern, ne? Du kleines Arschloch. Ja, ja. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Und nein, ihr seid immer noch nicht ihr gemeint. Ihr könnt ja wirklich gar nichts dafür, dass ich so scheiß dumm bin. Und dass die irgendwie alle so scheiße sind. Ey, guck. Du hast da doch einen scheiß Wallhack drin. Oh, ne. Oh, ne. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist so lächerlich. Ich komme da nicht mal rüber. Das ist so cool. Ich könnte eine neue Welt anfangen. Vielleicht ist es wieder ein bisschen ebener. Weil diese Scheiße ist doch echt... Da ist ein Kackhaufen. Und ich komme einfach nicht mehr bis hierhin. Ist mir scheißegal. Da habe ich halt Gold verloren. Wie viel habe ich denn verloren? Ja, bestimmt 4 von Stückchen. Scheißegal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte es gefallen. Will ich freuen uns. Wir nächsten Mal wieder bei Fuck Terraria. Bei mir der Weisheit. Boah, ich bin echt so genervt gerade. Es ist so schlimm. Das Problem ist, die Folge... Ja, Folge, die geht ja voll. Es geht doch voll. Ich habe schon gedacht, ich habe hier nur 5 Minuten gespielt. So, hier stirbt alle daran. Stirbt alle an allem. Nicht alle natürlich. Das ist klar. So, scheiße. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, immer noch. Mein Name ist Ben. Habe ich nicht geändert. Mach ich ja wahrscheinlich nur... Blah, 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 blah. Nein, bis morgen. Auf Wiedersehen. Keine Ahnung. Tschüssi.